Unter dem Motto Opel, wir leben Autos, ist die Opel und Isuzu Garage Rittenbach in Hirschstahl Ihr zuverlässiger Partner, wenn es ums Auto geht. Auf dem Gelände unweit von Aarau und in der Nähe von Schöftland finden Sie eine Auswahl von Autos der Marke Opel und Isuzu. Auch Top-Okkasionen, die mit Garantie abgegeben werden, warten hier auf Ihre Käufer. Suchen Sie Ihr Traumauto aus, denn in unserer Ausstellung finden auch Sie das Auto, das Ihren Wünschen entspricht. Wir zeigen Ihnen die neuesten Modelle und freuen uns, Sie auf eine Probefahrt einladen zu dürfen. In der Service- und Reparaturwerkstatt werden Autos aller Marken repariert und wieder in Fahrt gebracht. Spenglerarbeiten, Knömontage, Bremstest und so weiter, das alles wird von qualifizierten Fachkräften der Firma Rittenbach in Hirschstahl fachmännisch ausgeführt. Vertrauen Sie uns! Falls Sie Ihrem Auto wieder ein sauberes Aussehen verleihen möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, in der Waschstrasse mit einer textilen Autowäsche mit Nano 2-Technologie jeweils von Montag bis Freitag Ihr Auto auf Vordermann zu bringen. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen, um beim Selbstbedienungswaschen oder beim Staubsaugen kräftig mitzuwirken. Bevor Sie unsere Garage verlassen, können Sie Ihr Auto bei der hauseigenen Tankstelle volltanken lassen. Kurzum, die Garage Rittenbach im Hirschstahl ist für Sie da, wenn es um den Verkauf von Neu- und Okkasionswagen, Service und Reparatur aller Marken oder einer Reinigung Ihres Autos geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017